Hallo Leute, willkommen zurück zu Alice. Wir befinden uns hier in einem Gang mit überall Zellen und hier wird alles rot und irgendwie komisch, ja. Was ist das da oben? Was ist das da drin? Was ist das da überall? Und da tropft was. Vorsicht Alice. Wo bin ich hier zum Teufel? Was passiert hier? Oh, was? Was? Alice, vielleicht solltest du einen Schritt zurück gehen, wollte ich gesagt haben. Das Beste an einem Gefängnis ist die Tür nach draußen, ja. Oh mein Gott. Und wieder neu gekleidet. Hier fliegen überall Herz-Ass rum. Ja gut, und auch andere Karten. Okay. Wir sind in einem neuen Kapitel. Und wir können uns wieder umsehen hier. Und die Karten bilden für uns einen Weg. Wow. Kartenbrücke heißt das hier. Hm, warum wohl? Alter, da drüben ist was. Ah. Was? Du hast nur für einen goldenen Zahn oder meiner Meinung nach einen gelben Zahn. So. Boom. Moment, ich höre was. Ich höre ein Schwein. Aha. Da drüben, seht ihr es? Man sieht es extrem schlecht. Man sieht es extrem schlecht. Ungefähr da. Treffe ich? Ja. Das hat man wirklich extrem schlecht gesehen. Was habe ich jetzt da gekriegt? Keine Ahnung. Ja. Hier. Gehe ich jetzt hier entlang. Da drüben ist meine Erinnerung, die ich gerne mitnehmen würde. Gib mir das. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen. Mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner. Passt er mich an? Hat Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen? Wer denn? Okay, die Wolkenbrücke. Das hat irgendetwas episches. Wow, dieses Kartenschloss da. Ich war nie gut im Kartenschlosser bauen. Da drüben ist doch schon wieder was. Ja, und da. Was? Was? Wo führt das alles hin, bitteschön? Wow. Ist das der richtige Weg, oder? Was dreht sich da? Ach so, eine Flasche dreht sich da drüben. Ich wollte schon sagen. Äh, ich hätte auch gerne den goldenen Zahn, bitte. Gib mir den. Kriege ich den? Was? Ich kriege den so nicht. Warum? Und warten. Ich will den goldenen Zahn haben. Oh nein. Scheiße. Oh, ich war zu gierig. Verdammt nochmal. Wo bin ich jetzt? Äh. So. Geht doch. Na. Vorsicht. Wir gehen noch weiter. Weil da drüben gibt es, glaube ich, noch mehr. So. Ja, nur noch diesen einen Zahn. Super. Den hätte ich mir jetzt auch quasi sparen können. Ja. War jetzt nicht mehr ganz so spektakulär. Na ja. Na ja. Aber wir haben doch drüben noch überall zähne gesehen, oder? Habe ich mich da geirrt? Hier rauf. Ja. Dann. Darauf. Ja, da sind doch überall noch Zähne. Oder. Aha. Aha. Deswegen. Deswegen. Verstehe. Wow. Ist so episch. Diese ganzen Karten, die einfach nur so erscheinen. Wo man keine Ahnung hat, wo man hin soll. Hier weiter. Ja, weiter zum Schloss vermutlich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? Da. 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 Darüber. Halt. Ich höre doch schon wieder was. Moment. Ich will da reingehen. Denn ich habe keine Ahnung. Was? Da ist es. Das hat man jetzt ein bisschen besser gesehen. Aber auch nicht wirklich gut. Muss ich jetzt wieder zurückgehen? Oder wo ist das? Ne. Da drüben. Aha. Dann warte ich also auf das Herz Ass. Dann auf das Herz Ass drauf. Hier wird geschummelt. Hier sind mehrere Herz Ass im Spiel. Und Absprung. Und. Absprung. Was? Das war nicht. Was? Wo ist denn mein Geheimnis? War jetzt dieser scheiß Zahn meine Belohnung? Ja. Sieht fast so aus. Nicht wahr? Na gut. Dann gehen wir. Komm. Ist in Ordnung. Was? Zum Start gehören immer zwei Dunkel. Ja. Wissen wir bereits. Okay. Wir sind. Hier gefangen. Hier sind Szene. Ja. Wissen wir. Nehmen wir auch alle mit. Da auch. Wow. Wie ich mich. Also ich erinnere mich noch an diese Passage. Aber ich. Weiß gar nicht mehr. Was alles kommt und geht. Und. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich da vorne einen Hasen einsetzen. Ja. Aber. Hier. Sieht alles ziemlich okay aus. Einfach ganz viele Zähne. Ist nie verkehrt. Was? Ja. Da will ich jetzt eigentlich noch nicht lang. Was passiert wenn ich hier drauf stehe? Ach so. Ach so. Das da drüben. Ach so. Ja gut dann. Ne brauche ich im Moment nicht. Bin noch nicht fertig mit mich umsehen hier. Also lasst mir Zeit. Lasst mir Zeit. Hier muss ich doch überall verstanden. Wow. Das war. Wow. Beinahe der Abgrund wieder. Aha. Sieh mal einer an. Wo bin ich jetzt? Oh. Erinnerung die man auch nicht gut gesehen hat. Licht ist nutzlos wenn das was es beleuchtet Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe. Dem Fluss des Vergessens. Ja ich habe jetzt nicht wirklich zugehört Herr Doktor Bambi. Aber ich hoffe es war jetzt nicht so schlimm. So was haben wir hier drüben noch? Was macht das? Weiss ich gerade nicht. Was macht das? Irgendwie nicht viel. Nein das links. Das war mir klar. Also auf der anderen Seite meine ich. Da ging das Tor auf. Aber. Hä? Check ich jetzt gerade nicht. Was bringt mir dieser Schalter hier? Ah da bewegt sich das da. Und sonst nicht? Ähm. Ja das verstehe ich jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Muss ich jetzt vielleicht hier kurz. Kurz drauf stehen. Ne das reicht doch nie im Leben. Ah reicht das da drüben also. Ne das Tor da geht wieder zu. Scheisse. Aber wenn ich mich gut beeilt hätte. Hätte es eventuell geklappt. Vielleicht muss ich da gar nicht hin. Meine. Doch muss ich. Ja scheisse. Oh verdammt nochmal. Mal. Aber ich glaube ich weiß wie es gemeint ist. So. Und da haben wir sogar nach Zähne übersehen. Wow. Nehmen wir. Wir legen da drüben einen Hasen ab. Nämlich so. Versuchen dann ganz 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 schnell. Ganz 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 schnell hier rüber zu kommen. Um das. Wow. Das war jetzt alles andere schnell. So. Ich hoffe es hat gereicht. Äh. Schneller. Das reicht. Das reicht wieder nicht. Wow. Doch. Das hat knapp gereicht. Wow. Mit Hilfe von Schrumpfen. Aber es hat gepasst. Gut. Wow. Was? Es sieht so aus wie dieses Kartenschloss wo wir schon mal drin waren. Ja. Kein Wunder. Es sind überall die gleichen Karten ungefähr. Okay. Weiter geht es mit der Kartenbrücke hier. Äh. Geht hier rüber? Was? Was? Oh Gott. Kurzemoment Panikattacke gehabt. Ja. Ja. Hier kommt keine Karte. Nein. Dann hier rein. So. Und nun? Da geht es nicht lang. Da geht es auch nicht lang. Also muss ich hier entlang gehen. Dann. Da. Hoch nehme ich an. Ja. Das mit der unsichtbare Plattformen. Suche ich erstmal den unsichtbaren Weg. Also das heißt suchen. Ich habe ihn bereits gefunden. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Vorsichtig. Was nützt mir das jetzt? Ich kann vielleicht darüber, aber... Was habe ich davon? Aha. Wow. Die sind echt fies versteckt hier. Das ganze Schweine, die man nicht sehen kann. Aha. Aha. Aber das sind viel zu viele Wege. Ich meine da, wo ich jetzt auf das Schwein geschossen habe, da gab es sogar noch einen Schalter. Wofür ist der gut, bitte? Zeig mal. Einfach da, dass es da noch weiter geht. Oder ist das einfach nur der Weg, der zurück geht? Oder wie? Okay, hier geht es auch weiter. Was? Bleib doch hier, du Scheißkarte. Wow. Hier? Oh mein Gott. Wo soll ich hin, bitte? Wo führt mich dieser Weg hin? Dann nach unten. Richtiger Weg. Falscher. Oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich hin? Oh Gott. Oh Gott. Bitte nochmal. Drauf da. Aber jetzt habe ich doch mindestens einen Weg ausgelassen. Oder wie? Oder was? Oder wie verstehe ich das? Scheiße. Das sieht so aus, als komme ich... Was passiert jetzt? Haben wir die Kartenbrücke hinter uns gelassen? Und ich habe mir quasi meinen eigenen Weg da durchgesucht, der gar nicht dafür gemacht war, um da durchzugehen. Naja. Naja. Gibt es hier vielleicht noch was? Die Musik ist quasi nicht mehr vorhanden. Was erdonnere ich jetzt hier? Keine Ahnung. Ah, und Alice hat ihr rotes Kleid an. Aha. Verstehe. Hier. Dann weiß ich, was jetzt kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf jeden Fall erstmal diese Rutschpartie hier überleben. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Indem Alice langsam unterwegs ist. Das ist schon mal das Wichtigste. Oh nein. Hier bitte schnell. Wo soll ich lang? Wo soll ich lang? Ich nehme den rechten Weg. Jawohl. Langsam navigieren, Alice. Ich weiß nicht, wie genau du bremst. Aber irgendwie kann man mit dir bremsen. Du benutzt deine Arme ja nicht. Vielleicht mit den Füßen. Oder mit dem Arsch. Ich habe doch keine Ahnung. Und springen. Okay, ich muss ja nicht mal springen. Oh nein. Jetzt wird es eng. Jetzt wird es sehr eng. Wow. Seht euch mal die Umgebung an. Das ist jetzt nicht. Nicht die Rutschpartie selber. Sondern das rundherum. Es sieht extrem nach Tod und Zerstörung. Und keine Ahnung was aus. Okay, nehme ich den mit. Den mit. Und den mit. Wow. 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 So. Tschüss, liebe Rutschbahnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie sieht das denn aus? Das ist das Schloss der Herzkönigin. Wow. Wir haben ein hübsches Kleid an, muss ich sagen. Das steht ihr. Ja, Alice. Gekommen, um dein Berg zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein. Es musste sein, Katze. Du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir. Hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen. Mit dem, was von ihr übrig ist. Königinland. Wow. Wow. Was? Was? Ach so. Ich dachte schon. Ich dachte, das Ding fällt, wo ich draufstehe. Wow. Ich fühle mich hier... Wo geht es denn hier lang? Was? Ich bin hier nicht erwünscht. Verstehe ich zwar, aber... Naja. Aber, ja, wisst ihr es noch? Die Katze hat ihren Kopf verloren beim letzten Mal. Also in Teil 1, ja. Okay, dann will ich hier lang. Oh Gott, es gibt hier viel zu viele Wege hier. Dann will ich mal darüber. Dann... Ja gut, nur für ein paar Zähne war das jetzt. Aber trotzdem. Und hier den roten Zahn einsammeln. Und da drüben ist ein Dingens. Was? Äh, ich wollte jetzt da nicht wieder zurückgehen. Sag tschüss. Sag auch tschüss. Und sag auch tschüss. So. So geht das relativ schnell. Ich höre doch schon wieder was. Ja, ich sehe auch das Bild. Aber wo? Stimmt ihr unsichtbar? Oder was meint ihr? Ich sehe es im Moment gerade nicht. Mal darüber. Aha, eine O. Eine Flasche. Gut, sag ich nicht nein. Aber danach habe ich jetzt eigentlich... Was fliegt da oben? Ups. Ne, aber ernsthaft. Wo ist jetzt das Schwein? Sehe ich echt nicht. Wo könnte das Vieh sein? Oder kann ich es jetzt gar nicht mehr einsammeln und ich diesen Weg da drüben nicht gegangen bin? Ich weiß es nicht. Ich habe echt null Ahnung. Geh mal eins weiter hoch. Aha, da drüben ist es. Aha. Was? Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich habe die Befürchtung, dass ich gleich mich beeilen muss. Deswegen versuche ich das Ding jetzt zu holen. Aha. Aha. Ne, ich nahm an, diese Plattform da, diese da, die würde in die Tiefe fallen. Aber tut sie zum Glück nicht. Moment, was ich noch nicht angesehen habe, was hat Alice diesmal überm Arsch? Ein Totenkopf in Herzform. Bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut. Was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Das ja. Ist das drüben bereits wieder die Spiegelbahn? Die wir jetzt schon zum dritten Mal sehen quasi. Oh mein Gott. Ich sehe gerade auf die Zeit. Was ist das? Ist das ein Herz? Ach so ein Herz. Nicht so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Herz, wie diese Tür da darstellt. Nicht das Symbolherz, sondern... Oh Gott, die Totenköpfe. Sondern genau so ein Teil, wie der Mensch in sich trägt. Irgendwas atmet. Oh mein Gott. Halt, er ist da durchgehen. Was ist das für ein Bild? Mit der Katze. Also die Katze soll hier irgendwo erscheinen. Aha. Ein Radularraum. Sehr schön. Den haben wir aber einen übersehen. Im letzten Gebiet, oder? Macht nichts. Ja, diesen Radularraum, den machen wir noch. Und dann war es das schon wieder für heute. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Oh, ein Rätsel. Hier ein winziger Hirnkitzler. Für eine winzige... Na, für dich. Was kommt als nächstes in der Folge? Eins, drei, vier, sieben, elf. Eins, drei, vier, sieben, elf. Also. Eins plus drei gibt vier. Drei plus vier gibt sieben. Vier plus sieben gibt elf. Und sieben plus elf gibt dann... Achtzehn. Ja. Exzellent. Ja, solche Rätsel habe ich schon in der Schule gemocht, ja. Sehr schön. Wunderbar. Und zack, eine Rose mehr. Oder? Ja. Sehr schön. Wunderbar. Wir dürfen uns nie lange wirklich hier umsehen, in diesem Radularraum. Das ist ein bisschen schade. Aber was soll's? Nur wenige fallen ja aus der T-Kanone. Ja, weil das Ding halt ziemlich stark ist. Sollte man nicht unterschätzen. Wenn du exponierte Gesichter zerstörst. Ja, ja, meinetwegen. Okay, das Ding ist zu. Gibt's sonst noch irgendwo was? Nein, gibt's nicht. Okay, dann würde ich behaupten, das war's für heute mit Alice. Wir stehen vor dem Schloss der Roten Königin. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.